promising young woman meine meinung zum film ich stimme schon mal wieder mit der mehrheit nicht überein das scheint mein problem zu sein er wird sehr gelobt er wird vorgeschlagen für irgendwelche preise und ich habe so meine probleme reden wir mal besser also was man meistens aus dem trailer weiß also was ich auf jeden fall wusste ist es geht um eine junge frau die sich an männern rächen will sie spielt dann betrunken und lässt sich abschleppen und dann rächt sie sich an den männern und ich hatte so eine gewisse vorstellung vielleicht wird es ein bisschen eine metzelei vielleicht wird es ein bisschen psycho aber das wird sicher ein raffinierter film der mal ein bisschen eine andere perspektive zeigt aber mehr wusste ich nicht noch was uns mal an dann bleiben wir doch einfach mal dran ja mal zu den positiven seiten wie hauptdarstellerin carrie mulligan spielt das ganze göttlich man nimmt ihr das ab also sie wechselt ja auch immer wieder ich sag jetzt mal nicht unbedingt die rolle sondern die laune und man kann es nachvollziehen man nimmt ihr das ab in welcher situation sich gerade befindet man nimmt es auch den anderen bleiben ja noch spoiler frei den anderen meiner meinung nach die situation immer ziemlich ab bis auf sagen wir mal das endgame da möchte ich nichts dazu sagen das erscheint mir sehr unglaubwürdig auch das gesamte setup also ich sage beispiel das wohnzimmer ihrer eltern ist in was das wohnzimmer ja ich aus das wohnzimmer ja nicht dass es so sie da sitzt sondern gegen eine sitze im wohnzimmer das ist wie ein gemälde der gewollten hässlichkeit auch wenn sie drin sitzt also sie passt da in dem fall im moment rein also wenn man sich die lampen anguckt das ist einfach so vorrichtbar altes gewollt so inszeniertes zeug und sie sitzt da drin wie ein teil dieses gemäldes das gesamtkunstwerk ist furchtbar aber man weiß es will furchtbar sein in diesem moment kenne ich jetzt mit den kunstrichtungen ist aus also könnt mich jetzt nicht fragen ob das neo hässlichkeit oder alte hässlichkeit oder klassische hässlichkeit ist keine ahnung das heißt für mich ich sage ich bin kein filmkritiker eigentlich weil ich gehe da einfach so mit dem bauch ran ich schaue die dinge so an habe ich spaß dran oder habe keinen spaß dran ich habe keinen spaß dran gehabt aber spaß ist jetzt in anführungszeichen zu sehen weil ich möchte noch möchte ich noch nicht so viel verraten der film weiß nicht wohin will und für den zuschauer der das ganze nicht aus einer deutschlehrer perspektive sieht der könnte ein bisschen problem kriegen so können euch gerne anschauen habt ihr kein problem jetzt gehen wir in den spoilerbereich rein also was macht die kassandra denkt ja am anfang die bringt die kerle um und damit spielt der film natürlich weil man sieht es ja mit diesen denkt mehr ist blut tropfen auf der haut und auf den klamotten rum renner ja aber es ist bloß was eine currywurst oder irgend so auf jeden fall rot und natürlich spielt man da mit dem was die zuschauer erwarten mal zu diesen kill bilder bis alle im kopf oder halten tarantino und natürlich würde das nie sein die geschichte mit ihrem neuen spuse und so weiter also ich kann euch jetzt ein bisschen mehr von landung verraten also sie tut den kerle wohl nix er zwar eine liste aber sie rechtlich systematisch an denen und sie kommt dann irgendwann mal zudem zu dem typen der die ganze sache verursacht hat jetzt roter spoiler bereich also er hat halt ihrer besten freundin ja es haben wir vorsichtig was angetan in mit einer gruppe von anderen zusammen und da taucht dann jetzt plötzlich ein video auf und leider ist da natürlich zufällig ihr neuer ex freundin ihr ex neuer freund er wisst du was ich meine der typ der sie dann in dem coffeeshop da aufgegabelt hat und erkannt ist im studio das ist genau wieder der der auch da beteiligt ist gut also hat mich jetzt nicht gestört man sagen könnte was für ein zufall nicht so schlimm am ende will sie sich dann an dem der das alles verursacht hat rächen und es ist dann zu inszenierten 123 also römisch 123 mit kapiteln gutes kapitel 4 da haben sie jetzt vier einzelnen gemacht was römisch falsch ist und ganz am ende wird es übrigens durch gestrichen also sie hat nicht römisch sondern sie hat strichlisten gezählt das ist mir dann erst später aufgefallen aber was ich gemacht hat sie geht auf die jugend gesellen jungen gesellen party von dem typen als das exotische tänzerinnen ist was ich meine noch die ganzen mit alkohol und drogen aus bindet den typen ans bett und sagt ihm sie wird ihm jetzt den namen ihrer freundin da irgendwie drauf aber er reißt sich dann los und erstickt sie an am kissen das ist jetzt was ich sagte ich fand es unglaubwürdig bis nicht dass dass er das in rage macht aber dass er dann wie er dann weiter reagiert und gut jetzt kann man natürlich dem film sagen oder zu dem film sagen ja das ist ja auch so ein bisschen grotesk das ist ja so ein bisschen eine schwarze komödie das ist keine komödie das ist nicht lustig auch wenn er mit plüschhandschellen am bett hängt ist das nicht lustig er braucht hat sehr lange und da ergötzt sich der film mit absicht schon an der länge diese szene wie er braucht um sie mit einem bitte mit dem kisten dazu ersticken ist mir schon klar und dieses abstruse dass er und sein kumpel dann auf die idee kommt dieser zu verbrennen okay fand ich schon schlimm genug gedacht wie wollte er jetzt das wieder in griff kriegen also haben so in griff gekriegt dass sie es nachher langfristig geplant hat und dann gehen zeitgesteuerte nachrichten raus also ja ich weiß der film ist ja so ganz toll ergreift viele probleme unserer zeit auf er zeigte innere zerrissenheit bla 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 der film ist blöd es ist ganz einfach und zwar ist er deswegen blöd weil was was nehme ich denn mit draus der typ den sie dann eigentlich nachher fertig gemacht hat hatte ja hat schuldgefühle gehabt ja jetzt mal dass sie umgebracht hat der film ist auch nicht clever so richtig weil wenn sie das jetzt alles gefällt hätte irgendwie so richtig dass er denkt er hätte und nachher die polizei ihn holt also hat es ja dann angelegt dass nachher die ganzen nachrichten zeitgesteuerte rauskommt also muss sie das ja zumindest als option eingeplant haben oder wirklich geplant haben dass sie drauf geht bei der aktion das war nicht clever und mir ist eine ganz klar wie da jetzt beweise hätten übertragen werden sollen ja ich gehe da ein bisschen wissenschaftlich dann weil das war ja mitten in der hochzeit da giefer ging nicht viel zeit also sie konnte ja nur texte und videos übertragen aber die polizei haben sagt sie verhaftet wegen mord an der kassandra wie soll bitte die beweismittel da übertragen worden sein weil den kund ist und ich sie kannte maximal konnte sie ja gut okay ja ich weiß die haben die im wald gefunden also so wird es angedeutet mit dem spürtrupp also ich möchte es nicht so arg ins detail gehen aber wenn wir das mit also mit dem verbrennen und finden ach geht es mal weiter also ich sage jetzt nicht das ist ein schlecht gesagt der film ist blöd er ist nicht schlecht also er ist handwerklich richtig gut gemacht tolle schauspieler aber mich hätte ich hätten andere sachen mehr beeindruckt als ich habe wirklich filme gesehen die mich nachher verfolgt haben weil man irgendwie nachvollziehen konnte was die einen den anderen angetan haben aber in dem film habe ich mir nachher nur gedacht das ist blöd also diese abschieds abschluss szene wie er sie umbringt ist einfach nur blöd da ist ich hätte jetzt diese cleverness mehr gemacht ich hätte das zur not sogar noch als melodrama irgendwie gesehen hat sie merkt sie hat keine chance dann hätte ich zwar den film nicht unbedingt sehen wollen aber ich hätte nachvollziehen können dass im prinzip so ein ereignis ein ganzes umfeld rein zieht in diesen schlund an katastrophen auch das hätte ich jetzt irgendwie nachvollziehen können aber das warum warum hat sie eigentlich kurz vor noch ein nummernschild in also bevor sie dann auf diese jungen gesellen gesellen party verschwindet nummern schild in wald kurven das war sache von ein paar stunden wäre doch schon egal also wenn sie das wirklich so geplant hat also als option dass sie das ganze nicht überstehen wird also er versteht ich hänge das noch ein paar kleinigkeiten aber vielleicht bin ich da wieder auch zu pingelig also andersrum das ist kein film der ich mit weiterempfehlen würde und es ist ein film der für mich auch keine sache was auch immer jetzt die sache hier ist exakt weiter bringt sehe ich jetzt einfach so weil er kommen wir doch noch bis jetzt quasi dieses ich habe ja gar nichts getan nicht wirklich finde ich bis zu ende ja durchdenkt oder durch visualisieren muss nicht alles zeigen dass es auch schön dass in dem film wenig gezeigt wird von diesen schweinereien aber also okay jetzt habe ich lange genug vorsichtig geredet ehrlich gesagt ich hatte so ein bisschen lust dafür und jetzt das könnte jetzt gegen mich verwenden aber in dem moment haben wir gedacht das ist ein super setup die recht sich an den ganzen kern und witzel zusammen und ja das ist jetzt nicht der grund der finale grund warum ich jetzt nicht zufrieden bin aber darfst du auch mal sagen oder wenn ihr erwartungen weckt liebe presse kasper oder zumindest mal damit spielt dass die leute diese erwartung haben müsst ihr auch damit leben dass dann die leute etwas irritiert sind wenn die wenn denen nicht entsprochen wird da würde ich mal sagen bis zum nächsten film servus